das war ja war ja wir haben die blaue kiste übrigens noch nicht gefunden aber wir waren auch nicht überall und der übel all über unterwegs über all ja ich würde mal sagen das wird noch ein betten wir gucken noch mal nach dings nach ingwerner ja immer bevor wir diese brennrückstände hier endlich wegkriegen wissen wir denn jetzt mal wann was so ist da haben wir noch kein nichts gehört ja gut warte da ist noch nirgendwo besuchen wir brauchen wir dann auch noch nicht zu suchen ja wenn 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 wir noch nicht ernten können nicht also gehe ich jetzt noch mal runter bei gottel sammeln und im schneegebiet sammeln und hier können wir auch noch mal drüber huschen dann vielleicht finden wir die blaue kiste nämlich ja die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen aber wir haben heute auch keine grünen kisten gesehen noch gar nix also was hier los keine kiste weder eine grüne noch eine blaue gesehen heute ne stimmt wir räumen mal hier ein bisschen auf die knochen hier sind diese wahnsinn wieder jede menge wirklich sollten wir hier vielleicht auch mal blumen pflücken naja wenn du rumläufst sowieso dann nimmst du besser mit wer weiß bevor man noch mal so ein desaster hat ja wir brauchen die glaube ich für die vögel oder nicht war das nicht so an die die vögel in die kolibris meint so ja 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 guck mal da ach guck mal da ist sie doch da ist sie doch so dann sammle ich hier mal blümchen ein bevor hier ich finde dieses hier den schönsten ort muss ich sagen den schönsten ort ja ich finde die wiese nicht so schön warum nicht genau also weiß nicht das kann ich welches gebiet ich am schönsten das kann es gar nicht so sagen ist manchmal so der wald ist auch aber das ist nur mehr weil die bäume sowieso ja gieß sie doch noch mal bevor du sie aufhebst die wiese ist auch strand zum beispiel den tisch auch nicht auch ich finde eigentlich mehr oder ganz schön glaube ich der taler liegt aber noch ja doch ich könnte es einmal weg stellen und dann den taler nehmen aber wenn wir schon mal hier sind nach koko können wir auch mitnehmen wir haben schon lange keinen mehr mitgenommen ja wohl irgendwann wird aber ausgehen glaube die christi ruckzuck wieder an das ist nicht das problem wir haben schon so viel kauf verkauft ja das also blaue kisten haben wir gefunden grüne hatten wir heute noch keine einzige das ist aber ärgerlich na ja vielleicht der strand waren wir heute auch noch gar nicht das ist auch ein schöner sommertag ne da muss es nicht regnen aber nicht notwendig das ist nicht notwendig das ist sogar sehr wohl notwendig sehr notwendig sind ja hallo ariel auch sag ich immer ariel wie soll ich denn sonst sagen ariel ariel du mal jungfrau mach du mal jungfrau so müssen wir mal wieder unsere club schädchen aufmachen wir brauchen hier zeug also nicht gesporen das ist echt noch nichts gesporen hier naja gut wann war das jetzt wie lange ist es her stündchen oder so nein keine ahnung so man ist es tatsächlich noch nicht her guck mal da steht ein einzelnes blümchen sag jetzt nicht da ist noch nichts gesporen die 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 ein blaues wir haben ein blaue sein weiteres oder was lilla digna eta noch ich glaube blau Weil das hier ist lilla. Ja. So. 16 haben wir jetzt von dem blauen. Gut. Noch vier Stück. Ey, der da ist... Kriegen wir schon. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Sagen wir noch mal den Strand ab, ne? Ja. Vielleicht finden wir ja auch noch eine Kiste oder so. Die, die, die. Wer hat die Kokosnuss? Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? La, 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 la. Was? Tschüss. So, guck mal. Schön alles wegsammeln. Da hinten ist auch noch was. Gucke. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier könnten wir diese hässliche Muschel hin tun. Die. Die du unbedingt haben wolltest. Wieso sagst du, dass die hässlich ist? und sagst du das weil ich kann die hässlich nein dies wunderschön okay kufu aber guck mal alge ist immer dabei drei stück lachs ist dabei karpfen ist dabei das sind alles hochwertige welt also wenn wir die verkaufen sind die schon relativ teuer dann haben die wert genau die sind wirklich guck mal eine grüne kiste wo kommt die denn hier guck mal so hallo schildi dann kann ich schaden so haben wir alles abgesammelt oh guck mal da regen ihre köpfe der sonne entgegen hallo schildi so können wir ein bisschen was reintun guck mal hier hätten wir blaue genug hortensien ja ja klar er war nur zehn aber egal aber das sind schon viele von von da so das ist echte kreis dann gehen wir es noch mal hoch ins fältchen ja looky looky nach dem besten dann gut dass wir hier nicht mehr müssen ja ja ich denke mal wir kriegen die schon noch heute zusammen das auf jeden fall ja ich bezweifle dass ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich ja wieso du läufst da ja noch ein paar mal lang und so was glaubst du wie lange wir aufnehmen ja wie immer oh tata oha manchmal muss man die dinge auch ausgraben war so sieht's aus ich kann wieder richtig ordentlich rum stinkern mit meinem knoblauch den ich hier von als hier ist auch noch eine drin war klar ja aber sonst was für ein ärgerndes ehrlich wir kriegen die zusammen also ich finde dass hier wirklich sehr wenig blumen sind ne ja das stimmt das ist wahr blauer war der wichtig wahrscheinlich nur kaputt oder sowas ne manchmal also das war ja das orange war was zählt das jetzt schon zu schneegebiet oder zählt das wiese glaube ich noch weil na gut in dieser kaffeln salat sind auch 800 ich meine das ist ja nicht wenig eigentlich knobi finde ich aber keine blümchen hermann oder beziehungsweise blümchen schon aber nicht das richtige ja 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 mutter data data ich will darüber irgendwo blämpchen 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 stellen wir brauchen oder was brauchen wir eine noch siehst du stellen hier noch eine blaue von den anderen das war diese so viel noch vier ja das ist bei der gute ja genau ich hab hier so viel spaß ja das ist toll ich hab hier so der kann geerntet werden da müssen wir nachher mal urlaub holen der kann geerntet werden der sporgel die kann ich nicht pflücken die kann ich nicht pflücken warum weiß ich nicht und packt ja sieht so aus neuerdings ist das spiel immer dauernd packig ne also öfter ne nicht so toll ich hab noch eine grüne kiste gefunden cool ist schon witzig dass du jetzt auf einmal so viele davon findest und geld regiert die welt das stimmt sehr gut die 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 ein bisschen schnee schadet da kann man nichts mit machen eigentlich oder sowas weiß es nicht ja aber du musst ja immer dass das grüner links musst du kaufen jedes mal noch eine grüne kiste ja das ist ein ding glaubt drei sind es aber auch immer nur pro tag wir haben ja bitte traurig dass wir jetzt nicht weitermachen können ja ja das ist schon aber lege ein gegenstand abwarte mal er nimmt da oder kannst du irgendwas essen weißer stöhr hatte ich es weil ich glaube ich gucke mal ich was essen kann weißer stöhr ist gut also ja ja ich esse ein oregano ja lecker lecker ja ich müsste jetzt mal die blümchen ablegen dann wäre das kein problem aber hier stehen auch noch welche die geht auch wieder nicht warum gehen die denn nicht kann man da sonst nicht gehabt oder oder ich bin voll deswegen gehen sie nicht weiter war ach ja warte ich gehe mal kicken ich kann nicht aufnehmen so ich muss jetzt ich muss erst mal nach hause das verpackt einfach nur verpackt ich weiß jetzt nicht so genau wo sie sieht schneit aber okay in ihrem hirn schneit das müssen wir einfach mal so belassen siehst du so wird man die ganzen kleiderade ach die schwarze man die ganze kleiderade hat schloss so schnee hatten wir hier drin das ist schon blöd dass man jedes mal dieses flasche eis nein nicht da rein gehen das finde ich zum beispiel echt doof oder nicht ja so ich würde sagen bevor wir jetzt die nächste runde laufen gucken wir mal ganz kurz nach der kürbis ja dann holen wir uns olaf und dann kochen wir ein bisschen kürbiskern suppe ja ohne wir können auch generell ein bisschen kochen ich wasser nicht die müssen die müssen gegossen werden die diesen gewassen alle klar alle klar alle klar ja wir müssen gucken wie weit wir mit dem ingbeer kommen dann wo haben wir denn das ist dann so wenig schnell ein bisschen was denke ich mal haben war ich habe heute auch gesammelt noch ich muss nur mal ganz kurz ich mache mal jetzt ein paar sprünge was hier noch einmal ganz kurz hin ja merlin braucht gar nicht vor mir tanzen denn ich habe warte mal was hast du da war nämlich keine von drin deswegen hat er die nicht rausgetan ja so jetzt gucken wir mal wo grande jetzt sind sie zu sehen hier sind die zu sehen ja ja eben das war vorhin alles ganz komisch aber wieso hier sind die auch wieder nicht zu sehen ach nee die sind nur zu sehen wenn die geerntet werden können ach so oder wenn bei denen irgendwas ist so werden müssen oder genau 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 olaf wann hier wo treibt sich dieser schneemann schon wiederum hier wenn man diesen schneemann braucht wo die stetsch gott und die ebene ist keine ich gehe mal im restaurant gucken ja es geht auch nicht wieso kann ich mir auf den brunnen springen was ist los hier das packt aber gerade irgendwas da kann man gewackelt das ist jetzt nicht dein ernst du blöder schneemann ehrlich da kann man gewackelt ja so froh ich bin auch froh macht mich aggressiv der war hier gerade wenn der jetzt hier nicht gleich irgendwo ist dann trinken halt da da irgendwo hatte wo ist er hier irgendwie irgendwo kätzchen ist blöden fisch warte nach zeichen mir doch einfach mal guck dir an guck dir an wie der sich hier versteckt hallo ich bin's olaf ja das ist mal abhängen wir wären nicht drauf gekommen so oder mein freund du stehst du nämlich genau richtig das müssen wir wieder langsam machen der falls wieder einer vor leidenschaft ja weil es klappt irgendwie ja doch sein wenn er das so wenn man es langsam macht halt es war ein bisschen westlich das war wieder jetzt im weg gestanden hat fand ich nicht lustig jetzt habe ich die zwei dahinten nämlich nicht gekriegt die mit einer barbie spielen mann hallo ich gehe doch mit einer mann naja ist doch so da gibt es auch schon richtig viel ne alte falter du da kommt schon einiges warum das ist schon so ja ja wir haben 50 eingepflanzt mal sehen was wir rauskriegen das dürfte einiges sein das dürfte einiges sein also mit dem ernten na ja finde ich auch schnell von allen dingen also das ist schon so da wenn man mal gucken ja 200 404 eieieiei quatsch 204 204 aus 50 überleg dir das mal ich verkaufe die gleich ich verkaufe die gleich oder ja würde ich machen da kriegen wir 27.000 für ohohohoho den schnee kann ich auch verkaufen oh und das verkaufe ich auch ja den schnee ja ja man nein oh wie letztes mal ne es wirklich ich bin echt ein dödelt hier machen wir wieder 50 ne hast ne ja würde ich sagen und dann kann ich dir sagen 27.000 haben wir jetzt gekriegt ne ja und investieren tun wir nur 7.500 überleg mal ja das ist schon das ist schon cool sammle sternmünzen eisige bla 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 genau so